Bek Bububububu v-pububu Vepunt da die die Götze sind ja nur weil Pounder läuft gerade keine Ahnung... Richtung Campos Frau Rundler ist einfach mal , ich habe da Spaß und nächste mal gerne! Es sind nur eben Freunde und gekommen und wir haben unsere gruppe wieder trotzdem danke die hätten alle mitmischen können wärt ihr alle auf youtube das dumme ist die sind hier jetzt noch irgendwo da würde ich auch jetzt gerne mal durchfetzen alter bist du schon da an dem an dem tunnel ja meine fresse sind hier viele ich habe nur schuss alter na das mal laufen alter ja wir wollen aber doch zu campos ja ich habe ja auch mal mit binocchio das reingezoomt ok jetzt müssen wir erst mal wieder konkret richtung campos ich muss auch was zu trinken haben ich bin gleich sonst verdurstig ich bin auch gleich am verdursten ich habe aber auch nichts wir müssen dadurch ich habe nur eine leere krieg aufs oder ja aufs oder wo auf dem truck da ja ja hier müsste auch eine menge liegen heute aber können wir leider nichts mogen vorsicht das direkten zombie vor dem truck von dem pickup ich will schießen alter schluss muss jetzt erstmal schleichen alter ich kann den auch weg locken soll ich den weg locken vielleicht glaube ich so mal gucken und sonst sprinten wir einfach weg ich kann doch sprinten und du nimmst den scheiß auf fertig egal man kann hier so man kann sich hier hoch schleichen was aber nicht bei dem truck vielleicht kann man den durch die wand oder doch kann man sich hier hoch schleichen er hat mich nicht gemerkt ich habe die soda ich habe die so gut 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 ich habe auch erst mal getrunken alter jetzt habe ich ein bisschen wo man durch den wald ich finde die straße ist so eklig alter cool ist auch so mit ficken ficken das ist ein richtig cooler typ du bist ja nice ja zum glück haben wir jetzt so etwas das ist ja die gruppe die da wieder jetzt zusammen ist zum glück haben wir solche dann nicht da jetzt in der konfigur gehabt alter kannst du die aufnahme session standard das schüttelt mich hat was ist aus den gamern von heute geworden hatte ha ha besta man ha 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 oh man was dumm ist die sind hier irgendwo und die wissen auch dass wir nach campos wollen die wollen uns bestimmt abnutzen ja wenn sie uns jetzt abnutzen ist ja nicht gerade der größte erfolg den sie wahrscheinlich jemal erlebt haben werden ja alter komm nach klivio kriegst du direkt eine faust ja mann oh Backe alter geh du zu schule so sprinting action alter Tackleberry komm noch camposch dann reden wir oh Backe alter jetzt hä nee der typ alter ich hab geschrieben oh Backe geh du zu schule dann bekommst du direkt einen abschluss alter ich hatte nie so einen in der nase komm nach camposch das ist doch der typ der grad bei uns in der gruppe war alter nee der oben weiter oben weiter genommen ja ich mein prürodoxie komm nach clearview kriegst du direkt eine faust ja ja nee ich mein jetzt prürodoxie der sagt grad komm nach clearview dann äh nach camposch dann dann reden wir ja das sind doch die die grad rausgegangen sind ja klar ja super ja die sind hier ja gleich irgendwo ne der meint aber nicht uns damit der meint diesen komischen ja 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 klar aber der ist da weißt du ja klar die uns da jetzt sehen werden wir auch von denen abgeknallt wenn ich die zuerst sehe dann werden die von mir abgeknallt womit denn alter boah du machst wieder ein paar meter mehr als ich alter mit deinem Wurstmesser ja sprintest du überhaupt ja klar das dumme ist wenn ich sprinte geht mein trinken schneller leer ne ja das riskiere ich jetzt einfach weil ich hab keinen bock hier zehn jahre lang rum zu gehen blinkt es bei dir schon rot klar ist es rot na gut ich bin doch gleich am verdusten ich bin mal gespannt ob du da direkt du die because you are thirsty Schüsse? hörst du das? ja die kommen von hinten echt? wie viele Schüsse hat der Typ denn alter ok action alter ich glaub die haben den Tunnel da hinten aufgeräumt ja mit sicherheit ja ich hab kein Sprintpower mehr aber was wär das für ne Knarre warum hat der so oft geschossen so schnell hintereinander oder er denkt den Jombie muss man in der Brust schießen das war die Wallhack Granate alter ja die Splittergranate ja ich muss auch ganz dring Pipi alter wär geil wenn wir jetzt sterben würden in game muss er trinken und out of the game hat er zu viel getrunken das ist die kunterbunte Welt auf die wir uns jeden Tage freuen denn wir müssen einfach nur Chinesen sein und zwar so kann man sich träuen ododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododod Ja, die haben auch die Schüsse gehört, heißt das natürlich. Ja, klar. Das heißt, Alter, hier sind jetzt schon Fünfe. Wo sind die Buben denn wohl? Laufen die über der Stratke? Vorsicht! Nicht da runter, Alter. Ich springe. Free, free like a wind. Ja, klar. Wo ist denn das scheiß große Haus jetzt, Alter? Ist hier nicht links dann gleich? Ja, wir müssen da erstmal direkt rein. Oh Gott, diese Kack-Gebirgsfelsen, Alter. Ich kotze gleich, ey. Hast du Falsch angekriegt? Nein. Nur kein Bock mehr da drauf, ey. Ich glaube, ich springe jetzt auch einfach runter. Ja, Mann. Das ist aber mega hoch, ne? Hi. Soll ich springen? Wo bist du? Hier. Ja, das ist das. Da kriegst du nicht viel. Jump runter, die Scheiße. Gar nichts gekriegt. Ah, du bist so runtergeflogen. So runtergeschwebt, Alter. Ich bin ja auch Jesus. Früher wärst du da hundertmal gestorben. Ich bin erstmal in die Häuser da rein, weißt du? Ja, klar. Da ist doch das große Haus gleich, ne? Oh, da ist der Supermarkt. Das ist zum Supermarkt. Ja, lass mal hinraden. Ja, hier ist doch direkt das große Haus, ja. Ja. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. B, 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 C, 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 C. So. Ich hol mir ne Saiga. Und bei mir dünkelt sich, er staut sich auch grad so. Pisse. Wie heißt das eigentlich? Der, die oder das Urin? Der Urin, ne? Der Urin, ja. Eigentlich heißt es aber das Urin. Das gelbe im Ei. Ich glaub, das heißt eigentlich das Urin. Ja. Das Urinatormonster. Oh, hier ist auch direkt ein Dings, ne? Hier sind direkt überall Zombies. Wer weiß. Das Urinatormonster, ja. Schleich mal. Nö. Schleich nicht. Über den Wolken. Ei, 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 ei. Komm doch hier einfach lang durch den Wald, Alter. Wo bist du jetzt schon wieder auf die Street? Komm doch hier lang. Ich will James Bond sein. Rechts direkt ist jemand, Alter. Das ist doch dumm jetzt. Pass auf. Ich bin gar nicht da, wo du bist. I'll show you some skills. Ja, mach mal, Alter. Wenn ich jetzt sterbe, geht das auf meine Kappe. Ja, das ist klar. Ich krieg gleich einen Orgasmus, Alter. Ja, Mann. Yeah, yeah, yeah. I am a little high. Auf jeden Fall brauche ich jetzt was zu trinken, Alter. Sonst ist es bei mir gleich empty. I am a little high. Warum trinke ich auch gerade Cola, Alter? Oh Gott! Echte Cola? Cola Light. Schnibbeli. Jetzt bin ich wirklich das Urinatormonster. Äh, 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 äh. Ich muss auch übelst pissen, Alter. Ich kann gerade nicht unterbrechen jetzt, Alter. Ich bin gleich im Supermarkt. Oh Mann. Ich bin gleich im Supermarkt. Nein, ich bin noch nicht im Supermarkt, Alter. Ich seh dich da hinten. Du bist ganz hinten, Alter. Ich bin gleich schon im Supermarkt. Willst du mich verarschen? Guck mal, wo ich bin. Ja. Ich meinst du, dass ich gleich geedit werde, wenn ich so weitermache, Alter. Ich hab den Weg genommen, Alter. Wie gewonnen, so zerronnen. Jetzt steht eh in die Gop, Alter. Boah, Alter, du machst da aber richtig gefährliche Action. Steht der auf hinter mir? Nee, ne? Steh ab! Ja. Stay in the... Krass ist, du bist wahrscheinlich noch schneller beim Supermarkt als ich. Ja, natürlich. Was für ein Cheat. Wieso? Ich bin in den hittlichen Wald gelaufen. Ballern, Pellernat Speedhack benutzt. Ja. Du hast mich entlarvt. Boah, Alter, die Schlampe läuft genau auf mich zu. Ich hab dich geendet. Nein, mein Schatz. Alter. Das sind aber ein paar Fäcker im Supermarkt, Alter, ne? Ja. Du hast Action. Ich hör gleich schon... Oh, ich hoffe es. Oh, die ist direkt hier, Alter. Mein Trinken ist auch nice. Nice auf rot. Auf dem Scheißding ist nichts. Warum uns gegenseitig für eine Cola töten? Da haben wir nix. Wir können uns nicht töten. Ich speedi gleich da lang, Alter. Schnauhe mir die Coke rein raus und du wirst von Zombies genatzt. Hahaha. Boah, hier ist übelst Action im Supermarkt, Alter. Aber der Supermarkt sieht diesmal wirklich voll aus. Du Gelb. Kacke. Muss ich pinkeln, Alter. Ich auch, aber das halte ich jetzt aus. Richtig nice, Alter. Wenn wir genug Trinken und Essen haben, lass uns eben in den Supermarkt hinlegen und pinkeln gehen. Ja. Und von mir aus lassen wir das kurz ne Minute dran, Alter. Weißt du, ne Sekunde ist es ja nur, bis ich hier wieder bin. Pass auf, hinter dir läuft ein Zombie. Direkt zu mir? Ja. Jo, alles klar. Du hättest dich geedit, ne? Jetzt haben dich mehrere geedit. Ich geh in den Supermarkt. Oh, ich werd gehittet. Ich renne. Ja, renn in den Wald. Ja, such mal ruhig alles auf jetzt. Mich haben sie nicht gesehen. Nein, mich hat sie jetzt auch. Nein. Scheiße. Du weißt nicht, was ich hab. Ich hab ne Schaufel. Geil. Ich hab ne Schaufel. Ich hab Back of Chips. Ich hab ne Schaufel. Ja, dann hau die jetzt. Ich komm nicht. Ich find hier ne Chocolate Bar. Ich brauch Wasser, man. Oh, hier ist ne Flair. Can of Pasta. Soda. Guck mal draußen. Ich hab ne Schaufel. Oh, ich brauch eine Million Hits. Soda. Iron Man greift mich an. Iron Man. Ich hab zwei Sodas. Ich komm zu dir. Ich komm rein, ja? Ja. Da ist noch ein Zombie. Sprintest du? Ja. Komm hier raus aus dem Fenster. Komm hier rein. Hier sind nur zwei Zombies. Ja, ich mach die platt. Geile Schaufel, Alter. Komm wieder rein. Stieb jetzt nicht. Stieb jetzt nicht. Spring ins Fenster. Mach pisst euch. Kommt hierher. Haut mich. Nein, ich sterbe noch nicht. Ich krieg keine Hitze ab. Achso. Schlag, Junge. Hier, ich glaub, die Nessone. Ja, drop mal die Dings hierhin. Komm mal hierhin und drop die Hülle. Ich drop die gleich. Oh, ne Schaufel, Alter. Hast du das Soda-Ding aufgenommen? Ich trink schon. Oh, das bringt ganz wenig, Alter. Schau.